Oh, man, wieder auf ein Euter. Komm, mach noch ein paar Enden weg. Komm, 60 Euro. Ah, 50. Ich nehme die erstmal mit. Dann müssen wir noch ein paar rumdrehen. Ein paar Wiener? Ich gebe noch ein paar Nähe. Ja. Dann kämen wir noch ein paar Wiener hier? Ja. Ja. Schade. Ich nehme aber erstmal 50 Euro mit. Guck mal ganz kurz vor euch, guckt euch das Bild hier an, auch 1,50 Euro, das wären 1.500 Euro gewesen. Einen daneben ey, so ein Arschkeks. Na ja, bis dann wieder. Ist doch geil, oder? 4 Stufen 25 AGs. Also macht es eigentlich ab 12 Symbolen gar keinen Sinn mehr. Nein, gut, das Problem haben wir schon mal nicht. Ciao. 10 Euro. Schade. Ich dachte, da kommt ein bisschen mehr rein. Guck mal auf 30 Cent. Schauen wir mal, was da geht. 10 Euro. 9 Euro. 21 Euro. 22 Euro. 45 Euro bei 30 Cent. Mal schauen, was da noch geht. Eine Glocke, 50 Cent. Ja, so 4 Glocke werden wir da mal anfangen. Schon mal eine. Auch eine. Oh, Glocke. Leider durch einen Anruf unterbrochen worden. Und kriegen wir noch eine. Ja, schade. Schade. Aber 40 Euro. So, wir sind bei 1,50 Euro. Jetzt muss ich nur aufpassen hier. Dann fühle ich hier nochmal in der Schusslinie der Aufsicht mit. Wie ist denn? 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 Ja, nice. Ach, schade. Ich dachte, der geht nochmal rein direkt. Ja, 150 Euro wieder rausholen. Ja.